Hallöchen, meine Süßchen! Ja, ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden nach meinem super duper Wimpernserum. Das ist dieses Teil hier von M2 Beauty. Das ist das hier. Wollte ich nur nochmal gezeigt haben. Ich werde das unten nochmal verlinken. Für die, die es beim letzten Mal verpasst haben und sage und schreibe, nach drei Monaten plötzlich sprießt es. Plötzlich ist es da. Mein Mann sagte schon, gib mir das Zeug, ich schmier mir das auf den Kopf. Okay, und jetzt geht's los mit der Beauty Box. Ja, das ist immer ein schöner Moment für mich, wenn ich meine schöne Brigitte Box unboxen darf. Ich liebe das total. Ich kann es nicht mal kaum erwarten. Jetzt liegt die hier schon tatsächlich seit Samstag und heute ist Montag. Morgen geht das Video online und ich kann es kaum erwarten. Als allererstes im Karton ist immer enthalten in dem Paket eine Brigitte Zeitschrift und noch ein paar sämtliche anderen Gutscheine und wir fangen jetzt mal direkt an. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe diesmal auch nicht reingelönt. Wieder ein Moment der Wahrheit. Ja, und genau das ist es. Dieses Knistern. Dieses Knistern. Das lief ich so. So, und ein Folder wieder mit allen Produkten, die drin sind. Aha, also da ahne ich jetzt wieder was. Aqua Colonia, irgendwas Köln, Kölnisch Wasser ist hier drin wahrscheinlich, aber die Produkte sind nicht so old, wie man nie aus der Erinnerung hat von seiner Oma oder sowas, sondern ich war irgendwann mal vor einem Jahr in Köln im 4711 Haus und habe da auch mal ein bisschen an diesen Düften geschnuppert, weil ich mal eine Probe hatte. Und ich muss sagen, das Ding hat sich mittlerweile so toll verbessert. Die riechen mittlerweile echt gut, diese Düfte. Okay, was ist das hier? Eine schwarze Peel-Off-Maske und das ist eine Kohle-Maske. Sieht unheimlich aus. Irgendwie sieht das total seltsam aus, hier auf der Packung, ne, diese Bilder. Aber ich bin ja mal sehr gespannt. Ich stehe ja eigentlich auf solche Masken. Und jetzt jetzt geht's los. So, ein Chocolat leger. Chocolat leger. Chocolat leger. Ist hier etwa jetzt Schokolade drin? Anwendung bei Bedarf auf die Innenseite der Handgelenke, auf den Hals oder an die pulsierende Stelle hinter dem Ohrläppchen aufsprühen und dann wird es aphrodisieren oder was? Slimming Fragments, okay. Ist wahrscheinlich irgendwie was Schokoladiges, aber dann werde ich von meinem kleinen Sohn aufgefressen. Was haben wir da? Von Loyal Professional Serie Expert Color 10 in 1. Ein Spray Perfekteur Multi-Usage. Okay, was soll das sein? Was soll das sein? Ein Haarspray oder was? Manchmal kennt ihr das, habt ihr das auch? Da habt ihr Produkte und ihr wisst erstmal gar nicht, was ist das jetzt genau? Was ist das denn? Okay, jetzt hab ich's. Es kann 10 Dinge, deswegen heißt es ja auch 10 10 in 1. Es kann einmal die die Farbe, die kolorierte Haarfarbe schützen, dann die Brillanz. Dann, was weiß ich, schützt vor Austrocknen, hilft beim Düsten nach dem Duschen, es ist ein Antifrift, Antifrift, keine Ahnung, und irgendwelche anderen Sachen. Also, es kann zaubern, es macht mir vielleicht morgens meinen Kaffee. Cool. Als nächstes eine natürliche Fußcreme. Ja, im Sommer schöne Füße, ein absolutes Muss. Hoffentlich riecht das gut. Ich mach das mal direkt hier auf. Ich hab mir immer so Angst bei solchen Sachen. Wenn das so komisch riecht, dann... Ja, das ist gut. Das ist gut. Schön, da freu ich mich, vor allem, wenn das irgendwie noch mit so einem Pumpding ist. Finde ich immer gut. Ah, cool, da ist es ja. Von Aqua Colonia. Sieht ja schön aus, und wenn das so was Grünliches ist, dann ist es meistens, hat das so was Ätherisches. Das mag ich ja persönlich. Sehr gerne. Ja, das ist richtig cool. Das ist genau das, was ich jetzt erwartet habe. Richtig cool. Das werde ich benutzen. Also, es ist nicht nur ein alter Oma-Duft, ne, Leute. Es hat ein Imagewechsel, dieses echt kölschel Wasser. Und was haben wir denn da? Von Vösslauer. Ein Getränk. Pfirsich Mango mit 7% Fruchtgehalt. Zucker statt Fruktose ohne Konservierungsstoffe. Ja, gut. 0,2 Kalorien. Arm hat 19 Kalorien auf 100. Okay, wenn ich das getrunken habe, habe ich sage und schreibe 20, 40 Kalorien intus. Kann man mit leben. Wunderbar. Kann ich ja einpacken für unterwegs mal. Und dann habe ich hier sogar noch ein Ampullen-Kit. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das habe ich mal gesehen auf Instagram. Ampullen finde ich auch immer sehr, sehr cool. Die können so viel, diese kleinen Dinger. Dann knackt man einfach dieses Glasding oben ab und dann kann man schöne Sachen mitmachen. Schöne Anwendungen. Vor allem, es geht total schnell. Intensiver kann schneller Träger nicht sein. Wunderbar. Methyl-Hohen, Kollagen, Best-Kaviar, Elastin und so weiter. Vielen Dank. Das finde ich richtig cool. Ich mag so was. Was? Das ist schon leer? Die haben mir vergessen, was reinzulegen oder was? Das ist ja schon leer. Hm, lecker. Pionien. Pioni. Ja, okay. Dann, ähm, war es das schon von mir an dieser Stelle? Sonst ist es immer so viel. Also jetzt habe ich irgendwie so ein Haarschleiter Haarspray. Jetzt habe ich so ein Schokoladenteil. Schönheitsampullen. Kann, kann mich duschen. Das Handy klingelt. Und was ist das hier? Noch mal Fußpringen. Dann was zu trinken habe ich auch bekommen. Mama, ich rufe dich sofort zurück. Ja, tschüss. Okay, ihr Lieben, und wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir einen Daumen hoch. Ich bin jetzt traurig. Ich war, ich habe gedacht, da ist mehr drin. Okay, jetzt wissen wir es dann. 80 Minuten. Tschüss.